Gewinne, gewinne, gewinne! Motorschau Essen kommt näher. Bei uns am Stand gibt es ein bisschen Merchandise und ihr könnt was gewinnen. Ja! Soviel zum Thema Essen-Motorschau kommt näher. Essen-Motorschau steht vor der Tür, weil es geht nämlich übermorgen los. Übermorgen? Nee, Quatsch, am Samstag. Also Freitag ist Pressetag, aber Samstag geht es richtig rund. Ja, Gewinnspielauflösung. Warum ich jetzt hier so blöd sitze mit so einer Selfiestange, ist eigentlich ganz einfach. Weil, ja, Robert ist mit auf der Motorschau und baut gerade auf. Neben Robert, neben Dorian und neben Björn. Deswegen mit so einer Selfiestange versuche ich es jetzt einfach mal selber. Ich sitze hier oben im neuen Büro. Genau, hier oben sitzen Robert und ich nämlich. Mit Besprechungsraum, allem drum und dran. Egal. Zurück zum Gewinnspiel. Wir haben gesagt, dass wir 20 Karten verlosen. Also 10 Gewinner a 2 Karten. Ey Leute, ihr seid irre. Ihr seid total gaga im Kopf. Es sind gewesen, lasst mich lügen, über 900 Kommentare. Alter, das ist voll krank. Das ist voll geil. Ich weiß gar nicht, ob wir dann... Ja, das ist geil. Wirklich geil. Geil, 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 geil. So, was wir gesagt haben ist, jeder, der so eine Karte gewinnt, ja, der kriegt noch zu Schlüsselanhänger. Das sind übrigens Schlüsselanhänger, die sind heute gekommen. Heute, gestern, gestern. Der bekommt zu Schlüsselanhänger kostenlos noch dazu. Bei uns, wenn er dann am Stand vorbeikommt. Caps haben wir auch dabei. Ja, Sticker haben wir dabei. Das Cap habe ich auch nochmal bestellt. Wie hat 50 Stück gibt es davon? Egal. Gewinnspiel, Auflösung. Wir machen das ganz einfach. Wir sind am rumstöbern gewesen. Bei knapp 900 Kommentaren. Lass mich mal kurz gucken. Das sind 983 Kommentare. Alter Schwede. Haben wir gesagt, dass jeder mitgewinnen kann, der mitmacht. Wir machen das Ganze einfach hier mit. Ich kann einen random Commentpicker-Link einfügen. Der lädt jetzt alle Kommentare einmal durch. Ja, ja. Sorry für die Kameraführung. Ich kann es gerade nicht anders machen. Deswegen wackelt das auch so ein bisschen. So, der zeigt jetzt hier an. 907 Einzelne. Also wirklich Unique User. Also die anderen gibt es Leute, die haben zweimal kommentiert. Der zählt nicht. Der pickt wirklich nur die raus. So. Wir haben jetzt 10 Leute, die gewonnen haben. Wir machen einfach mal jetzt hier den ersten. So. Nummer 1 ist Dominik Wagner mit einem Kommentar. Ein H. Gut. Ja, Dominik Wagner. Du hast dann auf jeden Fall schon mal die ersten beiden Karten gewonnen. So. Dann machen wir direkt mit 2 weiter. Lukas G. Herzlichen Glückwunsch. Du hast auch direkt 2. Nummer 3 ist dann Riding J. Coole Idee, Jungs. Ja. Hast du Glück gehabt. Die Nummer 4 ist Joschka. Die Nummer 5 ist Quarzaro. Die Nummer 6. Carnivora. Carnivora. Ja, Jacken gibt es auch online. Die setzen mich zeitgleich dann in den Shop. Wenn jetzt die Motor schon losgeht. Ich denke morgen, übermorgen sollten die im Shop verfügbar sein, die Jacken. Ansonsten auf der Messe haben wir natürlich auch dabei. So. Was haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Dann machen wir die 7. Die 7. Ja. Geil. Herzlichen Glückwunsch. Die Nummer 8. Schlandmahlzeit. Die Nummer 9. PD Sternchen. So. Und die Nummer 10. Wow. Tia, so. Hey, BBM. Würde mich in der Motor Show und da will mein Bruder und ich eine Firma haben. Die können wir in Richtung Tuning gehen. Ja. Schauen wir an, Tim. So. Das sind die 10 Gewinner. Ich werde euch direkt anschreiben. Deswegen checkt mal bitte eure Nachrichten. Ihr bekommt dann von mir einen Gutschein zugeschickt. Oder zwei Gutscheine besser gesagt. Gutschein kurz. Die müsst ihr bei der S-Modershow einlösen. Wie es funktioniert, schreibe ich alles in die Mail rein. Ja, und dann kommt ihr damit auf die S-Modershow. Ja. Kommt rum. Holt eure Schlüsseldinger ab. Und wir sehen uns in Essen auf unserem Stand in Halle 6 B100. Bis dann. Ciao.